Hallo lieber Fußballfreunde, Thema SSV Ulm, dritte Liga, 2023-2024, zehnte Spieltag, SV Sandhausen gegen SSV Ulm, Ergebnis 1 zu 2. Startelf, SV Sandhausen, Hainain, Hainain, Elisch, Grudinär, Geschwittel, Weik, Mühling, Frisch, Eivina, Hennings, Markkawiski, Otto, Startelf von SSV Ulm, Ultrak, Geyer, Reichert, Robroka, Alinger, Geyer, Acharet, Roch, Schiessah, Rösterch, Schiessah, Das war's von SV Sandhausen gegen SSV Ulm, Zwölf Uhr dreißig, Sonik, 28 Grad haben wir in Freizeim.